Na hallo, wir befinden uns hier am nördlichsten Punkt der Tschechischen Republik, genannt Nordkap. Was bedeutet das hier? Das bedeutet, dass es wirklich der nördlichste Punkt von Tschechien ist. Und was ist das Ganze? Das ist eine Art Denkmal, könnte man sagen. Die wollen ihre Position klarstellen, wo Norden, Süden, die Tschechische Republik beginnt oder endet. Das gibt es am südlichsten Punkt in der Tscheche auch, das ist unten in Bayern. Da gibt es auch so eine ähnliche Sache und die haben das halt so gemacht. Wie ist das geschichtlich zu verstehen? Es ist geschichtlich zu verstehen, dass nach dem Ersten Weltkrieg 1918 am 28. Oktober die Tschechische Republik, die Tschechoslowakische Republik gegründet ist worden. Und zwar von den damaligen Besatzungsmächten. Wie sagt man dazu? Egal. Von den Siegermächten ist es halt festgelegt worden, dass von Österreich-Ungarn die Tschechische Republik, Tschechoslowakische Republik freigesprochen wurde. Und nicht mal zu Österreich-Ungarn gehörte, sondern ein selbstständiges Land war. So ist das. Das liegt ja nun mitten im Wald hier, mitten im Waldgebiet. Wir laufen ja auf deutscher oder auf tschechischer Seite. Das ist kein Problem. Wo sind wir genau? Jetzt sind wir auf tschechischer Seite. Und wie heißt der deutsche Ort hier? Der deutsche Ort heißt Steinigt-Wolmsdorf. Und der tschechische Ort hieß früher Hilgersdorf und heute Severny. Severny bedeutet russisch Severn, das nördliche. Also das nördlichste Dorf von Österreich-Ungarn ehemals. Und deswegen heißt es heute Severny. Würde ich jedenfalls vermuten. Ja, sonst gibt es so nichts dazu zu sagen. Der Punkt ist ja mitten im Wald, weil er eben gerade hier ist. Die Grenzen bestehen seit 1100 und soviel ich weiß 65 sind hier die alten Grenzmarkierungen. Und die sind so. Das ist ein Grenzstein. Das ist ein Grenzstein. Das ist die 240, was von deutscher Seite immer als nördlichster Punkt angesehen wurde. Aber der tschechische Stein liegt einen Stein weiter. Das ist irreführend mit den Kilometer. Aber man kann ja anders laufen, wenn sie das Schild hier sehen. Und was haben wir hier? Hier haben wir, das haben wir als deutscher Sache hier gemacht. Das Heusten, die überdachte Sitzgruppe. Das hat die Oberlause zur Holzgestaltung hier gebaut. Mit, ja, da war ich halt mit dabei. Mit zwölf Leuten MAE-Angestellten. Also ein Euro-Jobber. Und das kann man hier täglich besuchen. Das kann man täglich besuchen. Da gibt es keinen Eintritt. Also alles umsonst immer eine schöne Stelle mitten im Wald. Das ist kein Eintritt. Das ist ein Aus別er. Das ist ein Ausweiter mit dem Dach. Untertitelung des ZDF, 2020